Boi, was für ein totales Desaster einer Notenbank. Die Bank of Japan ist in Panik geraten heute Nacht und hat gesagt, also Kinder, wenn ihr hier anfangt zu weinen, weil ich euch ein bisschen Hausaufgaben aufgegeben habe, dann tut mir das leid. Also ich gebe euch nie wieder Hausaufgaben auf, wenn ihr ein bisschen schlechte Laune habt. Das ist faktisch das, was passiert ist auf einer solch infantilen Ebene, könnte man sagen. Denn die Bank of Japan hat gesagt, also die Anhebung der Zinsen, das machen wir nicht nochmal, wenn die Märkte in Unruhe sind. Sorry, das ist irgendwie vielleicht jetzt nicht so toll gewesen. Noch vor einer Woche, ziemlich genau einer Woche, hat die Bank of Japan die Zinsen angehoben. Um ein mickriges Viertelprozent ist man gerade mal so raus aus der Negativzinsphase. Und jetzt hat man damit weltweit an den Finanzmärkten Turbulenzen ausgelöst. Das sagt so ziemlich alles über den Zustand dieser Finanzmärkte, eben durch die Auflösung des Carry Trades, durch die rasante Aufwertung des Yen, der diese Carry Trades praktisch zum Scheitern gebracht hat und die ganze Dynamik sich immer aufgespult hat, weil diejenigen, die ihren Carry Trade auflösen, eben Yen kaufen, dadurch die starke Aufwertung des Yen. Eigentlich wollte ja die Bank of Japan die Aufwertung des Yen, aber das ging dann doch ein bisschen schneller. Also es ist wirklich eine Posse, könnte man sagen. Es ist das Symbol für das Scheitern von MMT, dieser Geldpolitik, die meint, mit Gelddrucken irgendwie die Probleme lösen zu können. Die Bank of Japan ist gewissermaßen die Spitze des Eisbergs, diejenigen, die es am radikalsten getrieben haben, die immer noch massiv Geld in die Märkte gepumpt haben, als andere Notenbanken aufgrund der Inflation längst die Zinsen angehoben haben. Schauen wir uns dieses Totalversagen der Bank of Japan einmal an. Da hat sich ein Herr namens Uchida, der ist Vize-Chef der Bank of Japan, geäußert, ein absoluter Veteran, dazu gleich mehr. Also da wir starke Volatilität in den heimischen und internationalen Finanzmärkten sehen, ist es nötig, das gegenwärtige Level des Monetary Easing beizubehalten. Der hat also eine Notenbank vor einer Woche die Zinsen angehoben und sagt, ja, wir müssen also die lockere Geldpolitik beibehalten an sich. Das ist schon mal ein absoluter Schwachsinn. Jedenfalls sehen wir, dass mit diesen beruhigenden Aussagen zunächst mal ein Dollar-Yen nach oben gegangen ist, also der Yen schwächer geworden ist, der Nikkei gestiegen ist. Aber die Frage ist, wie lange bleibt das so? Denn das war so ziemlich das Dümmste, was man machen konnte. Zero Hedge hatte das schon vor einer Woche gesagt, als Preview, was immer die dümmste mögliche Alternative ist. Ihr könnt euch darauf verlassen, dass die Bank of Japan genau diese Alternative wählen wird. 100% Garantie und siehst du, diese 100% Garantie ist eingetroffen. Warum, will ich gleich zeigen. Jedenfalls, derjenige, der das verkündet hat, war nicht Ueda, der Notenbankchef selbst, sondern ein Herr namens Ueda, ein Veteran innerhalb der Bank of Japan, der seit 1986 hier in dieser Notenbank ist und ein maßgeblicher Mitgestalter eben dieser Geldpolitik gewesen ist, schon unter Arbe, als man sich gesagt hat, Mensch, wir wollen doch die Deflation bekämpfen, also müssen wir mal was anderes machen. Damals der Yen eben auch stark abgewertet und da begann die starke Abwertung des Yen. Jetzt hat man ja letzte Woche am 31. Juli im Prinzip die Zinsen angehoben und sagt, das war vielleicht ein Fehler, tut uns leid, wir wollten die internationalen Finanzmärkte nicht schocken. Hier, die UBS hatte das schon vorausgesehen. Die Bank of Japan ist under pressure, irgendwie auf den Market Sell auf zu antworten und seine hawkische Policy Decision zu rechtfertigen. Ja, genau das hat man nicht gemacht. Was man hätte machen können, statt irgendwie jetzt diesen Rückzieher zu machen, wäre zu sagen, okay, wer Liquidität braucht, der kriegt von uns Liquidität, aber wir machen unsere Zinspolitik weiter. Damit hätte man sein Gesicht bewahrt, was in Asien ja sehr wichtig ist und hätte nicht diese Peinlichkeit, diesen Gesichtsverlust riskiert. Auf der einen Seite so ein bisschen asiatisch, ups, wir haben der Gemeinschaft geschadet und das ist in Asien, ist das Kollektiv immer der Höchstwert. Dementsprechend sah man sich offenkundig hier veranlasst, so zu agieren. Aber es ist schlichtweg eben so, dass man eigentlich einen schwächeren, einen stärkeren Yen wollte, also diese starke Abwertung des Yen verhindern wollte. Dann bekam man eine Art Aufwärtscrash des Yen. Das passte einem nicht und es passte natürlich auch nicht, dass man verantwortlich war, wahrscheinlich für diese Turbulenzen an den Finanzmärkten. Nicht so, bitte die Aufwertung des Yen. Hier sehen wir nochmal, was da passiert ist. Die Bank of Japan hat die fünffache Bilanzsumme des BIPs. Also wir haben hier 20 Billionen Dollar etwa umgerechnet. Es ist ein einziger Carry Trade, sagt die Deutsche Bank, nämlich das, was die Bank of Japan macht. Schauen wir uns mal die Bilanzsumme der Bank of Japan an. Die ist seit der Finanzkrise, hat sich etwa versiebenfacht knapp. Absolutes Desaster. Tendenz dann weiter steigend gewesen. Man kauft alles auf. Man kauft japanische Staatsanleihen, man kauft über ETFs den japanischen Aktienmarkt, der dennoch gecrashed ist. Das zeigt ja schon die Klugheit dieser Notenbank. Erst druckst du eben unfassbare Mengen an Geld. Du wirst der größte Anleiher, der größte Käufer von ETFs im Nikkei. Du kaufst praktisch eben auch Anleihen. Der Yen fällt auf ein 40-Jahres-Tief. Die bösen Spekulanten sind natürlich schuld. Man versucht zu intervenieren zur Stützung des Yen. Und dann steigt der Yen von selber. Es kommt zur großen Enthebelung. Und jetzt hat man die ganze Geschichte. Das ist wirklich ein Desaster. Man hätte schlichtweg eben nicht so lange diese Ultraloxe-Gold-Politik beibehalten sollen. Und hier sagt ein Kommentator auf Finanzmarkt-Welt. Ja, die BOJ ist wohl vom eigenen Mut überfordert, sobald Big Money mal zwischenzeitlich auf den Knopf drückt. Eine kapitalistische Wirtschaft, die nur noch mit Nullzinssätzen funktioniert, ist natürlich mittel- bis langfristig dem Untergang geweiht, weil gigantische Ineffizienzen und Assetblasen zum Vorteil weniger geschaffen werden, die langfristig keine Substanz erzeugen und den kleinen Mann inflationär enteignet. Genau das ist der Punkt, der in Japan passiert. Werde ich gleich zeigen, was da genau abgelaufen ist. Und das ist sozusagen das Live-Scheitern der sogenannten Modern Monetary Theory, die davon ausgeht, naja, du kannst ja jederzeit Geld drucken. Wenn die Inflation dann ansteigt, dann erhebst du also die Steuern an und saugst das überschüssige Geld wieder ab und alles wird gut. Natürlich totaler Bullshit. Aber schauen wir uns mal an. Es gibt drei Dinge, meine Damen und Herren, wie Zero Hash hier kommentiert, die absolut sicher ist, der Tod, Steuern und die absolute Inkompetenz der Bank of Japan. Und die hätte schlichtweg einfach den Kurs beibehalten müssen. Da muss man eben durch. Jedenfalls sehen wir, dass selbst diese ultralachse Geldpolitik, selbst dieses immense Gelddrucken hat nicht dazu geführt, dass die Wirtschaft nachhaltig gewachsen ist. Wenn man mal in einem Quartal 1% gewachsen ist, dann war das schon super. Die letzten drei Quartale negativ, respektive Null. Hier das erste Quartal, respektive sehen wir, dass die Wirtschaft zuletzt sogar geschrumpft ist in Japan, trotz all dieser ganzen Geschichten. Und was hier mit dem kleinen Mann gemeint ist, hier sehen wir mal die Inflationsrate in Japan, die natürlich im Vergleich zu westlichen Ländern zwischenzeitlich auch in Corona niedriger war. Aber da war man auch über 4%. Jetzt ist man immerhin bei 2,8%. Das ist für Japan schon ein heftiger Schluck aus der Pole. Und was das Problem für die Leute ist, ist, dass die Löhne eben nicht so gestiegen sind wie die Inflation. Das heißt, die Japaner hatten permanent Kaufkraftverluste. Jetzt hatten wir kürzlich die größten Lohnanhebungen seit 1994, nämlich 2,3%. Das ist aber eben immer noch weniger als die Inflationsrate. Wir sehen also, dass hier Kaufkraftverluste konstant der Fall sind. Eins ist klar, Japan mutiert jetzt mehr und mehr zur Achillesferse der globalen Finanzmärkte. Die nächste Achillesferse könnte China sein. Und der Yuan, der nämlich auch als Carry Trade genutzt wird, dazu ein andermal mehr. Also, wir sehen, das ist sozusagen jetzt die Rolle rückwärts. Vor einer Woche hebt man die Zinsen an. Jetzt sagt man, machen wir nicht nochmal, wenn die Märkte ein bisschen das nicht so toll finden. Das ist natürlich absolut schwachsinnig. Du kannst deine Autorität nicht bewahren, indem du schon bei dem kleinsten Zipperlein dann eine Rolle rückwärts machst. Kommen wir zu den Märkten an der Wall Street, meine Damen und Herren. Gestern, da haben wir ja diesen Turnaround Tuesday gesehen, diese Rallye. Aber das Ganze ging dann bis zur 100-Tages-Linie. Und dann plumps ging es doch noch zum Handelsschluss relativ deutlich nach unten. Also das Plus wurde eingegrenzt, könnte man sagen. Die Amis sind sehr, sehr auf gleitende Durchschnitte und charttechnische Marken fokussiert. Am Montag hatten ja die Institutionellen vor allem schon sich eingekauft. Retail dagegen nicht, die Konten teilweise nicht. Erstens, weil Robin Hood den 24-Stunden-Handel praktisch vorübergehend an Fragezeichen erst mal aufgegeben hat. Das heißt, viele Retail-Investoren konnten gar nicht reagieren. Dazu Charles Schwab, ganz, ganz großer Broker in den USA und Bank, eben mit riesigen Problemen. Das dürfte Charles Schwab noch weitere Kunden kosten. Schauen Sie mal die Aktienentwicklung bei Charles Schwab an. Nicht gerade richtig toll. Also auf jeden Fall, die Instis haben gekauft. Aber selbst diese gestrige Rallye oder sagen wir mal die Erholung vom Tief seit Montag, hat die dazu geführt, dass wir hier an der Kreditfront Beruhigung sehen? Nein, das Gegenteil ist der Fall. Deswegen sollte man diese Rallye skeptisch betrachten. Hier sehen wir sogenannte Triple C-Bonds, US Corporate Credit Risk. Also die Triple Bs und die Triple Cs, also ich sag mal so schlechte Bonitäten im Rahmen der Unternehmensanleihemärkte. Ziemlich schlechte Bonitäten. Da sehen wir, dass die Risikoprämien weiter nach oben gehen, trotz der gestrigen Rallye an den Aktienmärkten. Das ist für mich ein sehr, sehr wichtiges Signal. Hier sehen wir mal den High Yield Spread, also die Differenz der Risikoprämien zwischen schwach monetären Unternehmensanleihen auf der einen Seite und US-Staatsanleihen auf der anderen Seite. Und da sehen wir, das ist deutlich nach oben gegangen. Kein Zeichen einer Beruhigung, trotz eben der Rallye gestern an den Aktienmärkten. Und insgesamt sehen wir, die Umsätze sind jetzt wieder stark. Wir hatten gestern etwas mehr als die Hälfte bei dieser Rallye, als das, was wir am Montag gesehen haben. Aber dennoch ist die Liquidität in den Märkten gering. Das sehen wir hier anhand einer Grafik von Goldman Sachs. Die sagen, also schaut euch das mal an, da ist wenig Markttiefe vorhanden. Das gilt übrigens auch für den Anleihemarkt, wie Jim Bianco hier zeigt. Bond Market Liquidity ist, je höher hier dieser Chart steigt, umso geringer ist die Liquidität. Und die Liquidität könnte bald noch geringer werden. Denn dieses Liquiditätsprogramm, das damals die US-Regierung geschaffen hat, dieses sogenannte Reverse Repo Facility, Notenbank und US-Regierung, führt den Fall, dass man in Corona irgendwelche Maßnahmen treffen muss, die dann aber nicht, oder diese Töpfe wurden nicht ausgenutzt. Also konnte man das anderweitig jetzt nutzen. Jetzt sehen wir, dass dieses Volumen der Reverse Repo Facility ist gesunken. Es ist das erste Mal unter 300 Milliarden Dollar. Aber mit anderen Worten, die Liquiditätsreserve, die man nochmal abrufen kann, um die Märkte ein bisschen mit Liquidität zu schmieren, die werden immer geringer. Das ist ein wichtiger Punkt, der hier zu beachten ist. Zu beachten wird heute auch sein, das was gestern mit Supermicrocomputer passiert ist. Also praktisch, wenn man so will, mit diesem Komplex KI, diese Wunderblase. Wir haben zunächst mal gesehen, hier sehen Sie im Chart, die Aktie nachbörslich mit den Zahlen gestiegen, um dann deutlich zu fallen. Also man steigte 16 Prozent, um dann 10 Prozent schwächer zu schließen. Eine Bewegung von 26 Prozent und das innerhalb weniger Minuten. Und der Grund dafür, trotz eines euphorischen Ausblicks für die Umsätze ist, dass da etwas nicht stimmt mit diesem Unternehmen, dass etwas nicht stimmt mit der KI-Blase. Denn warum sind die Margen deutlich zurückgegangen, wenn doch alles so toll ist und alle eine immense Nachfrage nach KI-KI haben? Warum sinken dann die Margen so drastisch? Und das sehen wir hier oben in dieser Grafik, wie drastisch die Marge hier zurückgeht, jetzt auf 11,3 Prozent. Und das ist genau das entscheidende Thema hier. Denn wenn die Margen sinken, dann gibt es nur zwei Erklärungen dafür. Entweder die Nachfrage ist gar nicht so hoch, weswegen du die Preise nicht mehr aufrufen kannst. Erste Möglichkeit oder zweite Möglichkeit, du bist total schlecht gemanagt als Unternehmen und kriegst das irgendwie nicht hin mit deinen Kosten, obwohl eigentlich der Absatzmarkt die Nachfrage ja ganz toll ist. Allerdings klingt mir das nicht so wahnsinnig wahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass wir jetzt einen Preiskrieg sehen werden, dass wir einen Preisverfall bei Chips sehen werden aus verschiedenen Gründen. Erstens wegen Überangebot, zweitens wegen sinkender Nachfrage nach Chips. Und so hat Intel zum Beispiel gesagt, der Gaudi 3 wird nur ein Drittel dessen kosten, was die anderen Chips kosten. Wir sehen, dass ja Dell zum Beispiel auch gesagt hat, wir werden jetzt mal 12.500 Leute entlassen. Naja, wenn KI so toll ist und die so unfassbar tolle Umsätze machen werden mit KI, dann braucht ihr doch jeden Mann eigentlich im Unternehmen oder jede Frau. Aber stattdessen entlässt man 12.500 Leute, passt irgendwie nicht zusammen. Ebenso Jason Wang, einer meiner allerbesten Freunde, hat jetzt erneut Nvidia Aktien verkauft. In den letzten sieben Wochen über 530 Millionen Dollar hat der mal verflüssigt. Hier rechts sehen wir nochmal Supermicrocomputer. gestern geschlossen im offiziellen Handel bei 600 knapp 17, um dann mit 10,85 Prozent im Minus zu schließen bei 550. Das wird heute sehr zu beachten sein. Diese KI-Story hat den nächsten fetten, fetten Kratzer bekommen aus den von mir genannten Gründen. Was wird das für die Märkte bedeuten? Wir haben durchaus die Chance, irgendwann mal einen Boden zu erreichen, auch etwa beim Nasdaq 100. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir nochmal ein neues Tief machen werden. Vorher vielleicht im Bereich 17.000 beim Nasdaq 100, vielleicht im Bereich etwas drunter, bevor es dann eine Aufwärtsbewegung wieder gibt. Ich glaube, solche Dinge, die wir hier Mitte der Panik am Montag gesehen haben, die haben immer zwei Wellen mindestens. Und die zweite dürfte noch kommen, vielleicht heute, vielleicht nicht. Ich glaube aber nicht, dass diese Euphorie lange halten wird, über das, was die Bank of Japan hier praktisch an Desaster produziert. Insgesamt sind jetzt natürlich die Zinssenkungserwartungen auch in den USA durchs Kraut geschossen. Praktisch alle erwarten, dass bei jeder Sitzung, die jetzt kommt, ab dem 18. September der Fed die Zinsen gesenkt werden. Manche gehen davon aus, dass da große Schritte dabei sind. 0,5er-Schritte. Mal sehen, ob das wirklich so passiert. Wir schauen auch mal auf das ökonomische Bild weltweit. Wir hatten heute Daten zum Export und Import in China. Die Exporte ziemlich schwach, schwächer, deutlich schwächer als erwartet. Die Importe dagegen besser. Aber schwache Exporte deuten darauf hin, dass möglicherweise dann die Weltwirtschaft doch ein Problem bekommen wird. Und Deutschland hat ein Problem. Hier sehen wir mal die deutschen Exporte, die im Juni jetzt gegenüber Mai um 3,4% gesunken sind. Importe dagegen sind leicht gestiegen. Aber gegenüber dem Vorjahresmonat minus 4,4% Rückgang der Exporte. Und was ist der Auslöser? Das ist vor allem der Auftragsmangel. Es läuft nicht mehr so richtig, der in Deutschland sich verschärft. 39,4% wie IFO sagt. Der deutschen Unternehmen berichten von fehlenden Aufträgen. Das ist mehr als im April. Vor allem im verarbeitenden Gewerbe. Herstellung von Textilien. Das sind die großen Problemkinder. Offenkundig. Und vor allem die Autoindustrie ist das große Problem. Kind. Hier sehen wir Nachfrage. Die ist ganz schwach. Vor allem eben die Nachfrage nach E-Autos. Das, was die Politik unbedingt wollte, erweist sich jetzt wieder mal als ein planwirtschaftliches Komplettdesaster. Planwirtschaft schafft gleichmäßige Verteilung von Armut. Das ist der einzige wunderbare Effekt, den diese Wirtschaft hat. Das haben unsere Sozialisten immer noch nicht verstanden. Jedenfalls sehen wir, dass die Werke hier nur zu zwei Dritteln ausgelastet sind. Bei Volkswagen, BMW und Mercedes und Co. Und das ist natürlich hier das deutsche Kronjuwel gewesen. Das schwächelt jetzt auch durch eine falsche, die rigide oder eine Wirtschaftspolitik, Industriepolitik der deutschen Bundesregierung, wie auch eben der EU. Abschließend drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Was ist da passiert mit der Bank of Japan? Erste Empfehlung. Beruhigt die Märkte? Wird das wirklich die Märkte beruhigen? Da habe ich meine Zweifel. Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung. Der Rüdiger Born, der ja weitgehend in Japan, in Tokio lebt, die Verhältnisse vor Ort sehr gut kennt. Das gibt nochmal eine extra Dimension. Der spricht über den Crash in Japan und den Yen. Hochinteressant, meine Damen und Herren. Zweite Empfehlung. Gerne weiter teilen über Social Media. Und die letzte Empfehlung. Investoren zögern den Dip bei Tech-Aktien zu kaufen. Haben Sie recht oder haben Sie nicht recht? Dritte Empfehlung. Jetzt sage ich erst einmal Servus. Ciao.